Moin Leute, lang ist es her, seitdem wir ein paar Updates zu dem Lenovo Legion Go hatten. Es gab ja die Winterpause und das kommende Update soll auch ein bisschen größer werden, weswegen es sich ein wenig auf sich warten lässt. Aber ich glaube, das wird sich am Ende des Tages doch lohnen. Und in dem heutigen Video möchte ich einmal das Wichtigste zu dem kommenden Update mitteilen. Viel Spaß! Als allererste Info, das Update soll in den kommenden zwei bis drei Wochen erscheinen, ganz grob, wenn nichts Großartiges dazwischen kommen soll. Das mag jetzt auf den ersten Drücker eine verdammt lange Zeit sein, aber wie bereits gesagt, es ist doch ein etwas umfangreicheres Update. Das Update soll unter anderem enthalten, dass man die Lüfter manuell einstellen kann, dass ein FPS Limiter endlich zur Verfügung gestellt wird und meiner Meinung nach das Wichtigste, dass endlich die Treiber automatisch installiert werden können. Ich meine mich zu erinnern, dass es dann alles über Legion Space erfolgen soll, aber warten wir mal ab, wie es dann am Ende tatsächlich ablaufen soll. Und das Besondere daran ist, diese Custom Fan Curves funktionieren natürlich nur in Kombination mit dem BIOS und dem jeweiligen Programm Legion Space. Deswegen muss hier das Legion Space Update gleichzeitig mit dem BIOS Update herauskommen und auch entsprechend harmonisieren, damit es auch wirklich gut funktioniert. Deswegen dauert es auch am Ende so lange. Das zu dem jetzt erst einmal kommenden Update. Das wird dann vermutlich Ende Januar, Anfang Februar sein. Aber es sind auch noch weitere Sachen auf der Prioritätsliste von Lenovo. Und zwar an erster Stelle das Key Mapping, was meiner Meinung nach schon längst hinfällig ist, aber immerhin ist es auf Platz 1. Dann der Fix für Custom TDP. Auch das verstehe ich nicht, warum das immer noch so lange auf sich warten lässt. Das ist meiner Meinung nach etwas, was zu Release hätte da sein müssen, aber immerhin arbeitet man dran. Dann will man noch den Gyro Support ein bisschen verbessern. Was damit gemeint ist, tatsächlich weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr Probleme mit dem Gyro. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten will man auch noch ein bisschen was an dem Batterieladeverhalten ändern. Da bin ich tatsächlich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ansonsten gibt es auf dieser Seite, die ich euch auch in die Videobeschreibung packe, noch ein paar andere Hinweise. Unter anderem auch zu dem Controller-Update, was vor einigen Tagen erschienen ist, was ihr jetzt über Legion Space downloaden könnt. Für mich aber das Interessanteste ist, unter dem Punkt Graphics, dass AFMF ja mittlerweile in der Preview herausgegeben worden ist. Aber scheinbar arbeitet Lenovo, dass der offizielle Support auch für das Lenovo Legion Go erscheinen soll. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie das machen. Und wenn ja, wie gut sie es machen, weil man dadurch bestimmt den ein oder anderen Boost hervorbringen kann. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die auch auf der Liste stehen, aber nicht ganz weit oben sind. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das mit der AMD-Software auch hier tatsächlich eine Sache ist. Da hatten ja auch ganz viele Leute bei dem REGLer immer Probleme, wenn man das dann nicht automatisch geupdatet hat. Dann musste man das teilweise über den Microsoft Store updaten und konnte es teilweise auch nur da wieder downloaden. Oder wenn man es deinstalliert hat und manuell Treiber installiert hat, hat man auch immer wieder Probleme gehabt. Ist tatsächlich echt interessant, dass da das Zusammenspiel zwischen Treiber und der Software von AMD immer wieder zu Problemen führt. Und das bei so vielen Personen. Und dass man das einfach nicht geregelt bekommt. Ich hatte da so viele Kommentare zu und die Leute wussten nicht, wie sie da das Problem lösen konnten. Echt erstaunlich. Ganz witzig fand ich auch die Tatsache, dass scheinbar ganz viele Leute an Lenovo herangetreten sind und sich über das Design von Legion Space beschwert haben. Kann ich verstehen. Ganz so übersichtlich ist es nicht. Scheinbar arbeiten sie auch daran. Aber es ist halt keine Top-Priority. Kann ich aber auch verstehen. Solange es funktioniert und wir das Nötigste haben, kann man damit leben. Schaut euch am besten die Liste selbst nochmal an. Da sind wirklich noch ein, zwei ganz interessante Sachen dran. Wie gesagt, ich wollte nur das Wichtigste zusammenfassen. Das soll jetzt hier nicht aussah in einem 10 Minuten Video. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem kommenden Update haltet und wie ihr auch die Update-Politik insgesamt findet. Klar, es wird wirklich sehr viel getan. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass sehr, sehr vieles schon hätte da sein müssen. Aber was soll man machen? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.